Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Amira Pocher scheinbar einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Und die meisten von euch kennen ihn bereits. Als Oliver Pocher sich von seiner Ex trennt, war es ein Schock, denn die beiden wirkten immer gut drauf, haben gemeinsame Kinder und bis zu dem Zeitpunkt gab es keine Anzeichen für eine Trennung. Angeblich soll sie ihm fremdgehen, weswegen es dann zum Rosenkrieg kam. Bestätigt wurden diese Gerüchte nie. Nur kurz nach der Trennung fliegt sie in den Urlaub und wird knutschend mit einem anderen Mann erwischt. Nun soll sie wieder im Urlaub sein, mit dem gleichen Mann, und es scheint so, als könnte Christian Düren ihr neuer Freund werden. Der TV-Moderator fühlt sich wohl in der Anwesenheit von Amira und könnte sich vorstellen, mehr mit ihr zu haben. Außerdem wurden die beiden angeblich intim miteinander, so jedenfalls berichten es ein paar Zeitungen. Auch wenn Christian und Amira zu diesen Gerüchten schweigen, sprechen ihre Handlungen eine deutliche Sprache. Bald erfahren wir mehr, was auf Mallorca passiert ist. Glaubt ihr, sie kommen offiziell zusammen?